Wir haben lange genug gewartet und die Regeln befolgt. Meine Freunde in der Politik werden das durchbringen. Meine Herren, wir sprechen hier von 5 Milliarden in einem Jahr. 900 Milliarden geben die NATO-Länder jährlich für Aufrüstung aus. Warum darf das überhaupt noch verkauft werden? Und wie willst du das schaffen? Verdammt. Entschuldige. Sie haben die Macht. Wenn wir eine bessere Zukunft wollen, dann müssen wir diese Macht besser verteilen. Ich wünsche mir eine Zukunft, in der wir sein können, wer wir sind. Jetzt hör doch mal auf. Uns geht's doch eigentlich ganz gut. Das ist ja das Problem, dass wir das alles nicht sehen, weil es nicht direkt vor unserer Haustür passiert. Es ist wie eine riesige Welle, die versucht, unsere Gesellschaft zu verschlingen. Und die müssen wir irgendwie stoppen. Leute, wenn wir gewinnen wollen, müssen wir clever sein. Wir wollen damit morgen an die Öffentlichkeit. Klettern. Kaufen wir die Zeitung. Diese Rechnung muss sich alle. Auch den Familien und den Geringverdienern. Bitte. Das ist falsch. Das ist schlicht und ergreifend erlogen. Fuck! Das ist nicht so schlecht. So la sexpidu par par la fond des Glaces. Può avoir une augmentation qui va de 4 à 6 degrés. Sie glauben doch nicht ernsthaft, dass mich das einen Scheißdreck interessiert. Was für ein pervertes System. Wir müssen sie aufhalten. Nicht irgendwann. Genau jetzt. Was wird hier gespielt? Sie setzt alles aufs Spiel, für was ihr kämpft. Wir können gegen diese Konzerne nichts gewinnen. Die Leute da draußen zählen auf dich. Jetzt reiß deinen Arsch zusammen und kämpf weiter. Ich versichere dich. Untertitelung des ZDF, 2020